Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Galaxy Race. Wir sind jetzt endlich auf unserem Planeten Banada angekommen, weil wir von der USA auch von der Erde verbannt wurden und werden jetzt den Planeten erkunden und Rohrstoffe sammeln. Oh mein Gott, ist das eine Tentage? Oh nein, da hier ist Dings draus, Downcraft. Steve haben wir jetzt zwei Wassereimer? Ja. Krass. Machen wir jetzt hier unten mal um endlich Wasser kurz hin. Eddet euch gegenseitig mit E und dann Friendsguy. Also ich hab euch geeddet. Jaja, wir sind komplett geeddet. Stellt jetzt mal den zweiten Wassereimer hier noch hin. Wo ist denn der? Haben wir noch einen zweiten? Jaja, ich hab einen, ich hab einen. Hier war der. Ich würde mal sagen, ich bau mal so eine Farm, oder? Oder haben wir keine Luft dafür? Ja, wir haben jetzt hier unendlich Wasser. Also hier ist erstmal... Steve, kann man da ganz normal eine Wildfarm bauen? Klar kannst du das schon mal so. Hier kann sich jeder Wassereimer rausnehmen. Okay, bau mal direkt mit dort und so eine Wildfarm. Da drüben ist irgendwas Lieder, da hast du immer zugeschauen, gell? Steve? Ah ja. Daniel, ich... Schau mal Steve, du hast so riesiges... Irgendwas Violettes. Oh mein Gott, das ist so... Dieses Pixelzeug sieht immer richtig geil aus. Dieses Pixelheiz und alles. Ja, Philipp, was sollst du von wenn wir da zum Beispiel die Farm bauen? Da wo wir jetzt stehen? Ja. Ist das jetzt echt unsere Flagge? Ja. Hast du Schaufel? Hat was, oder? Ja, es ist für sich, also es ist bestimmt ohne Kart. Daniel, wo bist du hin? Runtergesprungen. Kriegt man Falscheiben? Ja. Gut, ich habe einen Wasserimer dabei. Aber da habe ich gesehen, dass bei der Planeten sehr viel mit links ist. Also sehr viel Berge. Ja, das ist Wasser, spring runter, ich habe hier Wasser... Nein, da hättest du irgendwas Regenbogenfarbiges. Regenbogen? Ja, komm mal hierher. Also einer von euch beiden, der das Lach hat. Hier oben. Da, genau unter dem Stein, da ist ein Regenbogenfarbiges. Warte mal, muss ich zu dir das finden. Ah, unter dem Stein, gell? Ja. Der ist auch von mir. Warte, die Baum... Wenn wir runterkommen, dann wird sich gewassert. Ich muss erst mal realisieren, wo du bist. Du wirst lachen und ich sehe nur... Ach doch, warum sehe ich nur dich? Ich hoffe nicht, dass du trotzdem das Regenbogenartig bist. Ich sehe auch nur dich. Wahrscheinlich, weil die anderen die Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen haben. Äh, machst du Wasser hin? Ach, da bist du ja. Das ist ein Crystal, ein Regenbogenkristall. Alex, nimm dir mal bitte Freundschaftsanfrage an. Habe ich glaube ich schon gemacht. Echt heiß, ich sehe euch nicht auf der... Doch, ich sehe Alex, sehe ich noch. Aber Phil sehe ich nicht. Ich sehe den... Ich sehe den... Ich habe eigentlich... Also, mich hätte ich gerade etwas Angst gemacht, dass ich gerade Gegner sehe, die nicht registriert sind. In Minecraft. Ähm, ich habe kein Schwert dabei. Stevie, siehst du mich? Alex, werfen wir bitte ein Schwert runter. Steve, baut man Kristalle ab, ich würde ihn jetzt nicht hin machen. Hier ein Schwert. Scheiße. Hey, nein, er ist wieder da. Ey, die hat er fickelt. Ja, er droppt gerade Phil. Ich habe einen unknown Crystal Shard gekriegt. Äh, könnt ihr mal ein Schwert runter werfen. Alex, werfen wir bitte ein Schwert runter. Warte, meinst du da unten? Hier unten. Ihr bleibt da unten und werfen wir bitte hier ein Schwert runter. Da war's... Du kriegst ein Schwert, Stevie. Ja, ja. Danke. Ich habe Phil, ich bin gut. Bauen wir mal die Kraft. Da scheiße du kein Wassereimer dabei hast. So, Philipp. Wir bauen das. Auf dem Normal kann man auf dem Dirt das auch bauen. Na, schon. Ich habe auch eine Nutze. Also, du kannst da nicht auch. Dann hätte ich gesagt, das benutzen wir für den Rand, das Dirt. Oder? Weil das haben wir ein Maß. Wir finden da unten. Ja, wo du bist. Geh mal kurz in die Höhle rein, ob sie überhaupt erzeugen oder sowas. Okay, dann hol ich da mal was. Bis da unten, wo? Weißt du, wie dieser Kristallschart aussieht? Wie so ein Tingas Konstrukt? Ja, stimmt. In der nächsten Folge wird die Farm schon fertig sein und wir werden schon versuchen, auf einen neuen Planeten zu reisen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!